Was soll das heißen? Du hast mich schon verstanden. Wollen Sie mir weismachen, sie wollte vergewaltigt werden? Vergewaltigt? Hey! Was soll denn der Scheiß? Was unterstellst du mir, ihr Bulle? Sie wollte ficken, Mann. Also habe ich sie gefickt. Sind halt immer scharf, diese schwarzen Nutten. Das müsstest du doch am besten wissen. Verdammter Dreckskerl, du hast sie fertig gemacht, man. Sie konnte ja kaum noch laufen, als sie zu uns kamen müssen. Hey Ben, hör auf, das bringt doch nichts. Was will denn dieser Pisser? Lass ihn, er will doch nur, dass du so reagierst. Ja, ist ja gut. So geht das nicht, klar? Wir müssen warten, bis ein Anwalt da ist. Hörst du das, Mann? Ich habe meine Rechte.